Hä? Wir müssen jetzt nicht mehr über teleportieren? Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen verwehrt, muss ich ehrlich gestehen. Da hinten war doch ein Portal, oder? Oh, das Feuer geht wieder aus. Interessant. Hier war doch ihr Portal. Ja, da ist das immer noch. Gehen wir mal kurz durchs Portal. Ich will mal gucken, was passiert. Oder wollen wir erstmal da hinten weiter gucken? Erstmal da hinten, ne? Wir speichern den einfach mal auf einen anderen Spielstand. So, dann nehmen wir das wieder nach vorne. Falls wir misspauen, können wir hier immer wieder herkommen. Das ist ja lustig. Ich kann mein Silberschwert nicht benutzen, weil ich mein Eisenschwert nicht dabei habe. Das ist ja interessant. Sehr interessant. Aber okay. Verhalten wir das erstmal. Aber das zeigt jetzt hier nach vorne, ne? Hey, hey. Das sieht aber nach Geistern aus. Geistern. Angegeben Geister, Geisteröl. 20 Schläge oder was? Na gut. Das sieht nach Nerven. Vorsicht, dieser ölige, gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel aufgenommen. Wie sind wir, haben wir mal erzählt, dass er ich mit dem Sohn und Sohn funktioniert hat, als er es gerade gelernt hatte? Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm, weiter. Schon wieder so ne... markierte Stapel. Oh. 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 Was soll der Scheiß? das war ja hart das war ja mehr als hart wir müssen die irgendwo anders hin locken ich glaube nicht der dampf kommt dann und dann entfachen sie den und dann gibt es boom 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 kattaboo kattabing kattaboo ja auch mal wieder zurück So. Äh, ähä? Der will ja auch zurückgelaufen. Ach, weißt du was? Wir gehen einfach durchs Portal. Mal gucken, was er auf der anderen Seite so gibt. Jetzt haben wir gerade einen Arsch versuhlt bekommen. Ja, ich glaube, das total hat eben nicht funktioniert. Wo kommen wir da nicht mehr durch? Ah, da ist noch was. Hm. Oh, Blümchen. Hier unten. Die nehmen wir doch dann mit. Ja, ey. Wir haben das ja nicht hingehauen. Wenn ich über sich A drücken. Nö. Das sieht noch gut aus. Also im Moment keine Verwendung. Also ab zur Geister. Die Geisterstunde, ey. Diese Öle sind echt geil. So, leider nicht so ziemlich alles hier haben. Pilz, 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 Pilz. Ui, die Steuerung. Pfeffer, schön. So, da hier noch irgendwas? Ne. Speichern kurz. Sport fahren. Inventar. Geisteröl. Das Geisteröl wird uns helfen. Erstmal das auswählen. Vorsicht. Dieser ölige, gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Rizimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und wunden heilen bei jungen Hexern im Handtumdring. Komm, rein. Oi. Oh, palle. Hey. Ziehst du dein Schwert? Okay. Dann haben wir schon mal... Uh, das Markstaub. Geil. Das Zeug ist ganz schön teuer. Dann haben wir erstmal... Schild. Und dann... Okay, Glanz. Hä, ist das... Warte mal. Glanz? Glanz? Stahl. Glanz klang irgendwie nach einem Silberschwert. Oh, tatsächlich ein Silberschwert. Ups. Aber ich habe das gar nicht gebrauchen, ne? Ne, meint es mächtiger. Alter. Nimm die! Jo. Alter! 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 Ah, super. Ah, super. Ja, ganz geil. Nein, da ist noch einer, ey. Das ist aber nicht wahr. Alter! Brauche ich Ö? Oh, ja, 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 ja. Verflug, Necromann, Geisteröl. Ja, super. Nein! Was ist denn das hier für ein Scheiß? Diese Dreckschieger werde ich voll noch erschaffen, aber die Explosion... Ach, Menno! Was für ein Beschiss! Gut, 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 gut. Wie ziehen wir das auf? Uuuuuhh... Uuuuhh... Uuuuhh... Zack, zack... So... Er schnappen uns diese Scheißgeister, ey. Ich brauche von dir keine Gelehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wie sie mir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pizzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und wundern wir ihn bei jungen Hexern im Handumdrehen. Hä? Wieso kann der mir ausweichen? Ja, richtig! Ja! Sag mal, bin ich zu dumm für die Gegner, oder was? Jetzt doch Öl drauf! Wirst du bitte nicht den Nächsten ätten? Vielleicht. Achso. Einer noch draußen. Hm. Das ist auch so das Problem hier. Er schwert den Kaffee ganz schön heftig. Jaaaa! Zwei! Super gemacht, Hexe! Oh! Das werde ich von einer Jünger genügt. Oh! 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 Ich brauche auch noch dieses Zeug wieder. Oh! 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 Nein! Alter! Doch mal! Ne, voll. Oh ja. Ah! Oh ja, klar doch. Ja! Natürlich! Jetzt kommt noch die nächste. Und natürlich hat sie uns auch noch voll im Visier. Ja, ich glaube, das habe ich dir zu verzerrten, du kleinen Match, ne? Okay, Schwalbe. Was machst du denn da? Siehst du mal, das richtige Schwert? Alter. Ja! Oh ja. Oh ja. Oh Oh